Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum muss ich mich rechtfertigen? Warum? Ich verwende das Wort töten nicht, weil das ist erlegen. Eigentlich erlöst man nur die Tiere daran. Die älteren zum Beispiel. Wenn du das eine Stück im Fadenkreuz hast, blendest du alles aus. Man hört nichts mehr. Dann legst du auf, atmest einmal tief ein. Genau? 615 Euro. Äh, Osterbuck. 1400 Euro. Irland? Wer da einen blinden Tierschutz betreibt, das führt zu absolut nichts. Die Schwarzen können deutlich schneller laufen als wir. Wenn sie wollen. beefsteuerger patienter werden dann auch trotzdem immer wieder Tablet hin. Merde. Ne? Ja. ... Nichts.